Gottes Frieden Erfahrungen und Tipps rund ums Erwachen Inspiriert von Ein Kurs in Wundern Geschrieben von Angie Heidrun Holderbach Herzlich Willkommen! Aloha! Es freut mich sehr, dass du dieses Buch in den Händen hältst oder es als E-Book präsent hast. Es freut mich, weil auch du nun durch deinen Geisteswandel zum Frieden auf Erden beiträgst, indem du deine Sicht auf die Welt, so wie du sie bisher gesehen hast, änderst, um wahrhaft inneren Frieden zu erfahren, den du somit in unserem gemeinsamen, alleinen Geist, der wir in Wahrheit sind, als Wahrheit Gottes anerkennst und ihn dadurch auch in der Welt wahrmachst, weil du Angst, Schmerz, Schuld und Angriff als Illusionen erkennst und daher aufhörst, diese zu praktizieren. Einer meiner wichtigsten Heilungshelfer ist ein Kurs in Wundern, der mir unmissverständlich aufzeigt, wer ich wahrhaft bin und wie ich durch wahre Vergebung aus dem Chaos, das ich mir selbst kreiert habe, wieder herausfinde. Es hat zwar eine Weile gebraucht, bis ich bereit dazu war, zumindest einmal anzunehmen und später dann auch zu akzeptieren, dass in diesem universellen Lehrbuch der Geistesschulung tatsächlich die Wahrheit steht und Erlösung wirklich dauerhaft gelingen kann. Dieses Buch gab mir mein Leben zurück, bzw. ich habe dadurch erstmals erkannt, dass ich das Leben selbst bin. Viele Missverständnisse werden dort geklärt und alles wird um ein Vielfaches einfacher, weil alles eigentlich ganz einfach ist. Die letztendlich sehr einfache Praxis der wahren Vergebung, die uns den langersehnten, dauerhaften Frieden beschert, kenne ich bisher nur aus dem Kurs. In sonst keiner anderen Methode oder Therapie, auch nicht in irgendeinem anderen spirituellen Buch, habe ich diese wundervolle, tiefgreifende, wahrhaft wirksame Erlösung und Befreiung gefunden, die die Vergebungsübung aus dem Kurs uns anbietet. Auch hätte ich nie gedacht, dass mir Vergebung zu praktizieren, so wie uns der Kurs dazu anleitet, solch eine Freude bereiten könnte. Ich möchte dich hiermit einladen, dein Denken neu auszurichten, um den Frieden Gottes auch bei dir zu entdecken und erblühen zu lassen. Du und ich und alle, wir sind eines Geistes, vereint bzw. eins in Gott, dem ewigen Leben, dem alles, was ist, dem universellen, wissenden Feld. Und daher ist es wesentlich für das Wohl aller, dass auch du deinen Frieden in dir findest, der übrigens nie verloren war, sondern geduldig auf deine Rückkehr, auf dein Erinnern, an dein wahres Selbst wartet. Diesen Schritt muss jedoch jeder für sich selbst vollziehen, denn niemand kann den Weg zurück zur Quelle für jemand anderen gehen, auch wenn wir in Wahrheit eins sind. Unser gespaltener Geist, der momentan nur auf Trennung konditioniert ist, macht es notwendig, dass jeder, in Anführungsstriche Einzelne, dies bewusst selbstverantwortlich entscheidet. Das ist übrigens auch der einzige freie Wille, den wir haben. Wir können nur entscheiden, ob wir durch den trennenden Geist denken und als Folge erleben, was wir denken, oder durch den geeinten Heiligen Geist Gottes, der nur die Einheit kennt. Was bedeutet, dass wir entweder das wahrnehmen, was wir glauben zu sein, oder das, was wir in Wahrheit sind. Durch unser über Äonen eingeübtes und inzwischen zur Gewohnheit gewordenes Ego-Denksystem, welches das Getrenntsein von Gott, der Alleinheit, unserem wahren, einen und einzigen Zuhause ständig versucht wahrzumachen, mag es eventuell zunächst anstrengend sein, sich nun davon zu verabschieden, um neu bzw. wieder wahrheitsgemäß, sprich wie und mit dem Prinzip der Einheit Gottes zu denken. Doch wir sind nicht getrennt und waren es auch niemals. Die durch Körper und Formen scheinbar existierende Trennung, die uns unser physisches Auge präsentiert, ist in Anführungsstrichen nur eine Illusion. Wir sind in dem Sinn keine Körper. Für mich bedeutet Illusion in diesem Zusammenhang eine falsche Interpretation der Wahrnehmung, wenn wir uns mit der Form anstatt mit ihrem Inhalt, dem Wesen, aus welchem sie besteht, identifizieren und uns dadurch sowohl als getrennt voneinander als auch getrennt vom universellen Feld des Alles-was-ist betrachten. Wir sind jedoch das Alles. Wir sind Licht, Geist, Gottes Söhne, Töchter, Kinder, reine göttliche Energie, hochfrequente Schwingung, erschaffen aus der einen intelligenten göttlichen Ursubstanz, der Einsheit des Alles-was-ist-Geistes, der Liebe. Du bist kein einzelner autonomer Körper, sondern die Gottessubstanz, woraus dieser besteht. Form ist ein Produkt des ewigen Geistes. Albert Einstein hatte bereits festgestellt, Wenn wir also den Frieden in unserem Geist durch das Erinnern an unser wahres Sein wiederherstellen und uns von allem befreien, was uns ans illusorische Getrenntsein bindet, dann befreien wir nicht nur uns selbst, sondern gleichzeitig alle, weil wir eben eines Geistes sind. Es gibt nur eins, nicht zwei. Der Geist ist übrigens auch der einzige Ort, an dem wahre Heilung überhaupt geschehen kann, denn die Trennung findet ausschließlich dort, das heißt nur im Denken statt. Nur wenn wir an Trennung glauben, machen wir sie für uns wirksam. Unsere fehlerhafte Identifikation mit Formen der Trennung kann also auch nur dort wieder aufgehoben bzw. korrigiert werden, so, dass wir uns wieder zu 100% mit unserem wahren Einen-Selbst, dem göttlichen Ideal, identifizieren können. Im Ein Kurs in Wundern wird dies alles bestens und ausgiebigst erklärt. Vielleicht ruft er auch dich, ihn nicht nur zu lesen, sondern auch zu praktizieren. Letzten Endes braucht es jedoch rein gar nichts, weder irgendeine Methode noch Therapie, um zu erwachen bzw. erleuchtet zu sein, weil wir es bereits sind. Wir müssen uns nur daran erinnern, und da sind solche Wegweiser ganz praktisch. Die Schwerpunkte in meinem Buch liegen auf den Erfahrungen, die ich auf meinem Weg des Erwachens und der Erlösung gemacht habe, sowie den Angeboten für dich, wie auch du den Frieden in dir wiederherstellen kannst. Es ist also ein Praxisbuch. Oftmals in meinem Leben habe ich Dinge lernen müssen oder sollen, zum Beispiel in der Schule, von denen ich genau wusste, dass sie völlig unwichtig sind. Durch vieles habe ich mich notgedrungen, weil ich es nicht besser wusste, hindurchgequält, um es im Anschluss daran sofort wieder zu vergessen, bzw. es hat sich einfach wieder verflüchtigt. Die viele Anstrengung des Lernens von total unnötigem Zeug hat mich zu nichts außer Frustration geführt, weil mir immer wieder durch wiederholtes Scheitern klar wurde, dass mir das wahre Wissen fehlte. Ich musste ständig feststellen, dass es nur sehr wenig gab, was mich wirklich interessierte und das meinem Bedürfnis nach wahrer Wichtigkeit standhielt. Im Laufe der Zeit bemerkte ich ernüchternd, dass es in der Welt nichts gab, was mir entsprach, was mich sehr traurig machte und mich den Grund, warum ich hier bin, nicht erkennen ließ. Und dann kam der Kurs in Wundern und offenbarte mir mein wahres Wesen und den Sinn meines Daseins. Dadurch weiß ich nur noch endlich, warum ich in der Welt der Illusionen keine Befriedigung meiner Interessen erlangen konnte, denn es existiert dort schlicht und ergreifend nichts, was unserem wahren Wesen entspricht. Da können wir lange suchen, wir werden es dort nicht finden. Irgendwann habe ich auch erkannt, dass wir alle ein und dieselben Bedürfnisse, Wünsche und Ziele haben. Da gibt es keinen Unterschied, egal welcher irdischen Herkunft wir sind. Wir alle wollen gesund, glücklich und in Frieden leben. Wir wollen durch und durch zufrieden sein und uns geliebt und in Sicherheit wissen. Und all dies finden wir in uns, weil wir all dies selbst sind, denn wir sind eins in Gott, der uns aus Liebe erschaffen hat und daher können wir nichts anderes sein als er selbst. Und das Ziel dieses Buches ist, uns alle zu befähigen, dieser Gewissheit der allgegenwärtigen und sich nie verändernden Stille den liebenden, allumfassenden Frieden Gottes wiederherzustellen, indem wir uns daran erinnern. Falls dir die Theorie in meinem Buch zu wenig ist, oder du dich noch eingehender mit dem Erwachen, der Erleuchtung und dem Gesetz des wundervollen, universellen Einheitsfeldes, dem Gottesprinzip, beschäftigen willst, dann sei dir empfohlen, den Kurs in Wundern zu studieren und die dort angebotenen, täglichen Lektionen anzuwenden. Die Weisheiten enthüllen ihre Botschaft, wenn du sie praktizierst. Learning by Doing Auch jedes der in der Literaturliste aufgeführten Bücher kann für deine geistige Entwicklung sehr wertvoll, wegweisend und unterstützend sein. Egal welchen Weg du gehst, sei dir gewiss, dass sie dich alle letztendlich zu Gott, in das eine Selbst, dem alles was ist, zurückführen, weil du schon da bist und niemals weg warst. Du musst dich bloß daran erinnern. Eventuell hast du viele Fragen, die möglicherweise auch durch dieses Buch nicht beantwortet werden, denn ich enthülle hier keine neuen Weisheiten. Was hier drin steht, sind Informationen aus der göttlichen Quelle sowie meine Erfahrungen damit, die dich hoffentlich ermutigen und dazu einladen, dran zu bleiben. Sie spiegeln meinen momentanen Erkenntnisstand wider und ich erhebe keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Ich stehe dazu, dass ich noch nicht alles weiß bzw. mich noch nicht wieder an alles erinnert habe und je mehr ich mich mit dem allumfassenden, alles durchdringenden, alles hervorbringenden, alles seienden, universellen Feld beschäftige, wird mir klar, dass es noch vieles zu erfahren gibt. Dennoch habe ich inzwischen eine starke Gewissheit erlangt, dass ich immer und überall bestens geführt bin durch den Heiligen Geist, durch Gott, durch meinen inneren Lehrer oder durch das allwissende universelle Feld selbst, was letztendlich, ja eh, alles ein und dasselbe ist. Im Laufe meines Erwachens habe ich bemerkt, dass sich viele Fragen, die ich hatte, plötzlich wie von selbst beantworteten, manchmal auch auf die Weise, dass ich meine Fragen einfach vergessen habe, weil sie nicht mehr wichtig waren. Das immer tiefe Eintauchen ins Wahrmachen der Einheit Gottes führte mich zielsicher zu vielen Erkenntnissen, sogar auch zu Antworten, von denen mir nicht bewusst war, dass in mir diesbezüglich etwas ungeklärt war. Langsam begriff ich, dass die einzelnen Lektionen im Kurs in Wundern auf jede Frage eine Antwort liefern, weil es im Prinzip nur eine Frage und eine Antwort darauf gibt. Frage Wer bin ich? Antwort Ich bin alles, das Ganze, alles beinhaltende, alles seiende, vollkommene eine Selbst des allgegenwärtigen Prinzips. Ich bin das. Jede Unklarheit, jede Verwirrung, jeder Streit, jeder Konflikt und jede Krankheit läuft darauf hinaus, dass wir glauben, uns von Gott, der Alleinheit, getrennt zu haben. Zu erkennen, dass dies nie stattgefunden hat, wir also immer noch unverändert so sind, wie Gott uns schuf und schon immer waren und immer sein werden, heilt alles. Das, was wir dann erfahren, wenn wir endlich wieder wissen, wer wir sind, ist Gottes Frieden, die allgegenwärtige, liebende Präsenz des Alles, was ist, das wirklich alles ist, was wir wollen. Frage dich einmal ehrlich selbst, gibt es etwas, das du mehr willst, als die Stille des Friedens Gottes? Alle Fragen finden hier ihre eine Antwort und hierin liegt unsere vollständige Befreiung von jeglichem Leid. Ich persönlich muss gar nichts wissen, um in die Erfahrung all dessen zu gelangen. Ich trete einfach einen Schritt zurück und lasse mich führen, und zwar von dem, der alles weiß, denn ich habe es leider vergessen. Mein früherer Anspruch sowie das dringende Bedürfnis, ich müsste mir erst ausreichend Wissen aneignen, was zudem scheinbar nie genug war, um alles zu verstehen, damit ich als Folge dessen zu diesem oder jenem befähigt oder befugt wäre, hat sich mittlerweile fast aufgelöst. Ich muss nicht mehr alles bis ins Detail verstehen, geschweige denn irgendetwas persönlich erreichen, um zu sein, wer ich bin, und dies in Erfahrung zu bringen. Es reicht mir völlig aus, den allumfassenden Frieden Gottes in mir erfahren zu können, dem es anscheinend total egal ist, was ich für einen Beruf ausübe, ob ich ein teures oder billiges Auto fahre, ob mein Geldbeutel gefüllt ist oder nicht, ob ich tolle Auszeichnungen für irgendetwas bekommen oder in den Augen von anderen versagt habe, ob ich in einem Haus wohne oder in einem Zelt, und ob ich begreife oder nicht, woher er kommt und was er eigentlich ist. Er ist da, einfach so, jederzeit, an jedem Ort und immer vollständig verfügbar, und er hat überhaupt kein Interesse an meiner Persönlichkeit, weil es sie nämlich gar nicht wirklich gibt. Und da hat er alles suchen ein Ende, denn dieser Frieden, das Gewahrsein der Alleinheit, ist alles, was ich will, wirklich alles. Er ist die Liebe, der Gottespräsenz, die alles ist, was ist. Ich muss also gar nichts erreichen oder aktiv lernen, um in diesen Frieden zu gelangen. Im Erinnern an mein Einssein mit dem Gottesprinzip verschwinden all meine selbstgemachten und daher illusorischen Wahrnehmungen, inklusive meiner Persönlichkeit, weil es nichts Verschiedenes in der Einsheit gibt. Ich lerne nun indirekt durch die Hilfe des Heiligen Geistes oder der von Jesus oder meinem inneren Lehrer, indem ich sie bitte, mich von all meinen Illusionen zu befreien und mir ihre wahre Sicht auf die Dinge zu geben, was mich schlussendlich dazu befähigt, mich wieder an die Wahrheit zu erinnern. Die Erfahrung bringt letztendlich den Beweis und erst dann weiß ich, Wissen allein nützt gar nichts. Es kommt erst mit der Erfahrung. Und jetzt weiß ich wieder, das heißt, ich erfahre, dass ich vollkommene, allgegenwärtige, göttliche Anwesenheit im Hier und Jetzt in diesem einen heiligen Augenblick bin. Vieles, was ich in diesem Buch erwähne, so auch einzelne Übungen und Meditationen, ist inspiriert durch all die wundervollen Geschwisterseelen, die sich, wie wir alle, auf dem Weg des Erwachens befinden oder vielleicht auch schon erleuchtet sind. Erleuchtet sein bedeutet für mich, sich des All-Einen, der Alles-was-ist-Präsenz, nicht nur bewusst zu sein, sondern diese auch vollständig im Ausdruck zu verkörpern, das heißt, sie allumfassend in jeder Hinsicht vollkommen zu sein, sowie die Anwendung der Gottessubstanz gemeistert zu haben, durch den vollkommenen, vollständigen Ausdruck des zugrunde liegenden, hinter allem stehenden, allgegenwärtigen, alles-in-sich-vereinenden Prinzips. Du wirst feststellen, wenn du schon das ein oder andere Buch über Erwachen und Erleuchtung gelesen hast, dass ich hier nichts Neues schreibe, und trotzdem fühlte ich mich dazu aufgerufen, genau dieses Buch zu schreiben, um das Angebot zu erweitern für alle, die den Frieden Gottes erfahren wollen. Jede Seele ist eine Facette des Göttlichen und hat daher ihre in Anführungsstrichen eigene Note und Ausdrucksweise die Dinge zu benennen, und, zumindest geht es mir oft so, bestimmte Wort- und Satzkombinationen zu wählen und zu verwenden, die zwar alle auf dasselbe eine hindeuten, jedoch dieses so erklären und beschreiben, dass ich plötzlich verstehen kann, was gemeint ist. Dadurch ist gewährleistet, dass jeder abgeholt wird, denn was nützt die schönste Erlösung, wenn ich die Beschreibung des Weges, wie ich dort hinkomme, nicht nachvollziehen und umsetzen kann. So ergänzen und bereichern sich alle Beiträge, das eine wird durch Vielfalt beschrieben und dadurch für alle verständlich. Zum Beispiel war für mich die Kombination vom Kurs und den begleitenden Podcasts von Gottfried Sumser optimal, denn er beschreibt die Inhalte des Kurses in einer für mich leicht verständlichen Art. In der ersten Phase des Erwachens haben mich daher die durch ihn vermittelten Botschaften von Jesus am besten unterstützt und weitergebracht. Als ich dann Gottfried um Erlaubnis fragte, Inhalte aus seinen Podcasts und Seminaren für mein Buch verwenden zu dürfen, antwortete er mir, Was immer du verwenden willst, verwende es. Ich habe keinen Anspruch auf Urheberrecht. Alles ist von Gott. Herzlichen Dank dafür, lieber Gottfried. Ich hätte nie gedacht, dass ich es einmal wunderbar finde, wenn jemand ganz unpersönlich ist. Du bist einfach wundervoll unpersönlich. Und so ist es. Auch dieses Buch kommt aus unserem einen universellen wissenden Feld, der stillen, liebenden, alles erschaffenden, alles durchdringenden, alles in sich bewahrenden Präsenz Gottes. Daher sei frei, alles, was ich geschrieben habe, zu teilen, wonach dir ist. Die Worte, die ich für dieses Buch empfangen habe und aufschreibe, habe ich mir einst in der Einheit gegeben, um nach Hause zurückzufinden. Es sind also Worte, die in unserem einen Geist schon verankert sind, damit ich mich zur gegebener Zeit an mein Einssein mit allen, an mein Schrägstrich unser Eines selbst erinnere. Und so ist es auch mit jedem, der dieses Buch liest. Es sind auch deine Worte, die du dir gegeben hast, um dich zu erinnern. Die Worte der Wahrheit rufen uns zurück zu unserer Quelle, sie weisen uns den Weg, indem sie auf unsere Identität, die Liebe des allumfassenden, all einen Gottesprinzips leuchten. Kay Vedell, die Autorin von Ein Leben in Wundern, hat mir ebenfalls die freie Verwendung ihrer Texte erlaubt. Auch ihr dafür mein herzliches Dankeschön. Für die Verwendung der göttlichen Wahrheiten aus Leben und Lehren der Meister im fernen Osten von Baird T. Spaulding habe ich eine Erlaubnis gegen Gebühr beim Schirner Verlag erhalten. Die Worte der Originaledition von Ein Kurs in Wundern wurden mir freundlicherweise von der Course in Miracles Society umsonst zur Verfügung gestellt. Den Kurs gibt es von verschiedenen Herausgebern. Ich habe mit der Version vom Kreuthof Verlag begonnen und danach die Originaledition gelesen, aus der ich hier auch zitiere. Beide sagen inhaltlich haargenau dasselbe aus und unterscheiden sich nur manches Mal in der Ausdrucksform. Die Originaledition soll jedoch noch näher, wie das Wort ja schon sagt, am Original gehalten sein. Ich finde beide Versionen sehr empfehlenswert weil sie sich perfekt ergänzen. Die Lektionen im Arbeits- beziehungsweise Übungsbuch sind inhaltlich auch dieselben. Was für dich am besten ist, musst du selbst herausfinden. Nicht, dass du dich später beim Lesen wunderst, ich wiederhole hier öfter mal das Gesagte. Aus Erfahrung weiß ich, dass wir diese Wiederholungen brauchen, damit wir uns von den alten Denkgewohnheiten lösen können, um uns eine andere anzugewöhnen. Lass dich jedoch von dem, was dir hier angeboten wird, nicht einschüchtern, sondern begrüße es offenherzig und neugierig. Mit dem neuen Denken aus der göttlichen Sichtweise verhält es sich genauso wie mit allem anderen, was wir noch nicht gemacht haben. Autofahren, ein Musikstück lernen, lesen, schreiben, eine Fremdsprache studieren, kochen, nähen, schwimmen, all dies ist am Anfang ungewohnt, aber nach einer Weile des Übens wird es leichter und irgendwann tun wir es ganz automatisch. Im Prinzip schreibe ich hier tatsächlich immer dasselbe, weil es sehr hilfreich ist, sich der für uns als neu erscheinenden göttlichen auf der Einheit basierenden Denkweise immer wieder zu erinnern, damit wir leichter und letztendlich auch schneller vorankommen mit dem Verlernen von allem, was nicht wahr ist. Schließlich möchte ich und du wahrscheinlich auch, dass wir alle sobald wie nur irgend möglich den Frieden Gottes praktizieren, lehren und sowohl nach innen wie auch nach außen ausdehnen, sprich in allem und jedem sehen, damit wir alle nur noch den Himmel, Gott, Einheit, alles was ist, auf Erden erfahren. Möge dir dieses Buch bei deiner Erinnerung an dein wahres Sein, dem Einen Selbst unterstützend zur Seite stehen und dich ermutigen nicht aufzugeben und stets voller Heiterkeit weiterzugehen, auch wenn es eventuell einmal mühsam erscheinen mag. Und sei dir stets gewiss, es ist ganz einfach. In diesem Sinne wünsche ich dir, euch, uns und mir ein fröhliches Lesen und göttlichen Frieden im Herzen sowie viel Freude beim Anwenden der hier vorgeschlagenen leicht zu praktizierenden Übungen. Und nicht vergessen, lächeln! Zitat Der Friede Gottes ist alles, was ich will. Zitat Ende Ein Kurs in Wundern Originaledition Arbeitsbuch Lektion 205 5 6 6 7 8 10 11 15 1 2 1 3